so jetzt kommt eine aufnahme mit dem olympus ls 14 ich habe den auf manuell gestellt und habe den ganz hoch ausgesteuert er steht jetzt hier vor mir leider habe ich keine batterien mehr ich musste den an strom anschließen das ist aber nicht so schlimm ja das war mein rechner gerade ja nehmen wir halt so auf nicht mal sieht es nur 51 haben wir werden ein bisschen musik hören dabei um auch hier zu testen wie das so klingt moment verbunden mit genau verbinden werde ich mal mit dem echo echo alexa spielmusik von sven heidenreich genau also auch hier testen wir jetzt mal die aufnahmequalität das kann ich natürlich nicht so rumlaufen weil ich keine batterien habe aber das macht überhaupt nichts wir können es auch mit strom er steht jetzt hier auf dem tisch auf dieser klammer die es dazu gab also die auch wie ein fuß ist von daher bin ich ja mal gespannt wie der ls 14 sich so schlägt das ist halt wirklich interessant wie die ganzen aufnahmegeräte das alles machen im hintergrund läuft wieder die musik kaffee habe ich glaube ich auch noch reicht ja auch das ist also der test jetzt schauen wir mal wie der wird dann haben wir ja einige aufnahmegeräte ich weiß nicht ob man noch von draußen was hört mal gucken auf jeden fall fenster ist auf auf kipp ein schöner tag heute ein richtig schöner tag und du gehst runter vom tisch genau und hier haben wir auch noch eine kratze liegt hier das ist mia mia liegt hier auf der couch lässt sich gut tun ich war mir egal was passiert wir gehen unseren weg gemeinsam egal was passiert wir gehen unseren weg gemeinsam egal was passiert ja das ist also wie gesagt der ls 14 test ls 14 bum 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 d und das ls 15 und 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 Schalten wir mal durch. So klingt auf jeden Fall der LS14. Nein, wo bist du? Hatten wir. So klingt auf jeden Fall. So klingt auf jeden Fall. So klingt auf jeden Fall. Hey, ho. So klingt auf jeden Fall. 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 Ja, ich denke, das reicht am Test. Ich werde jetzt mal die Aufnahme beenden und hochladen. Jo.